sehr schön die hexe ist da wunderbar jetzt brauchen wir nur noch bretter drüben und steine wie sieht es da oben aus? da oben hat man halt keine steine aber hier haben wir noch eine die ist mit acht steinen belegt das ist gut wenn drüben dann der turm fertig ist kann ich hoffentlich den turm auf dieser seite hier abreißen und dann könnte es sehr gut funktionieren hier alles da ist die hexe, mal schauen in der zeit könnte sie das ja schon schaffen ein steinbruch da noch ein steinbruch hier zwei extra, eine säge, zwei spitzhacken noch hochbestellung so langsam kriegen wir alles rüber zum glück hoffe es geht hier schnell der tempel ist voll haben wir nur den einen? nee wir haben zwei ach da ok gut gut ah ich könnte auch einen eigentlich bauen machen wir mal damit wir da ein bisschen mehr kriegen zweite kohlenmine haben wir ja auch schon ich muss hier erstmal warten bis der zauber da vollständig ist Ich brauchte ihn ja noch 5 Bretter, ey, das ist doch nervig. Aber noch kam keiner hier hoch. Vielleicht hab ich Glück. Da finden 3 Steine und 3 Bretter. Okay, wenn ich den Turm fertig habe, dann dürfte es funktionieren. So, Priester, dann komm schon. Da. Äh, da hin. Sehr gut. Dann das noch und dann haben wir das alles. Ich muss auch noch einmal aushalten, ey. Ich hoffe, das schaffen wir. Wenn wir da drüben den Turm haben, dann passt das. Wie viele Trägerinnen haben wir denn? 88. Natürlich noch nicht so viel, aber immerhin schon etwas. So, die stellt sich dann bitte hier hin. So. Zwei weitere Damen. Puh, ich werd richtig nervös jetzt gerade hier. Weil ich ja hoffe, dass ich's jetzt schaffe und die mich noch nicht angreifen. Aber zum Glück hier eine gute Übersicht. Ich denke ja mal, die kommen ja von hier. Dann schauen wir mal. So, dass wir uns da ein bisschen zur Wehr setzen können, solange die da noch machen müssen. So, dass wir uns da ein bisschen zur Wehr setzen können. So, dass wir uns da ein bisschen zur Wehr setzen können. Oh, komm schon. Das muss ich schnell erfüllen. Oh, ich werd hier richtig nervös. Aber da ist voll. Also, wenn das hier in den Tempel reinkommt, wär schon geil, wenn das alles dann so schnell geht. Oh, nicht, das ist nur und... Oh, nee, ist alles weg. Sonst hätten die ja alle was. Ah, sehr gut. Wir haben das schon mal so ein bisschen aufgebaut. Komm schon, Hexe. Du musst ja ein bisschen machen. Ein bisschen zaubern. Ein bisschen zaubern musst du noch. Sehr gut, der Tempel ist fertig. So, das hätten wir. Eisenerzmine könnte ich da bauen. Aber brauche ich nicht. Eisenerz haben wir ja genug da. Wir brauchen nur Kohle. Bis jetzt kommt doch noch keiner. Bis jetzt regt sich doch nichts. Das ist gut. Komm schon. Er findet keine Steine mehr. Unten sind noch Steine. Da könntest du hingehen. Das ist gut. So, vielleicht kriege ich das ja so hin, dass ich das hier und das da rein kriege. Ähm, ich kann ja das einlagern und das mit einlagern. Vielleicht klappt es ja. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Steine und Bretter einlagern. Alle in einen Haufen. Dann kann ich von hier aus alles rüberschicken. Das wärs doch. Dann spare ich mir doch ein bisschen die Zeit. Wunderbar. Wunderbar. Ah, sehr gut. Bretter haben wir dann da und extra haben wir eine Spitzhacke und ein paar Schaufeln noch. Läuft. So, da liegen ja auch noch Schaufeln und eine Spitzhacke. Das könnten die ja auch mal hier reinlagern. Und Hammer wären auch nicht schlecht, wenn da noch welche dazukommen könnten. Das läuft, das läuft, das läuft, das ist sehr gut. Das ist das erste Mal, dass ich das so ausprobieren bin. dass ich Holz und Steine einlagere. Aber es scheint wohl besser zu sein. Ich glaube die Bretter brauchen mal zwei Lagerplätze. Weil die auch so groß sind. Ne doch nicht. Umso besser. So wir brauchen noch mehr Steine. Kommt schon. Und Steinbruch? Da fehlen nur zwei Steine. Einmal hin. Die Hexe kann gleich zaubern. Da sind wir auch gleich durch. Ah super. So zack. Alles hier rüber geschafft. Lagerlehr. Sehr gut. Puh. Dann haben wir das Schwierigste ja schon mal erledigt. Dann haben wir jetzt erstmal alles da. Wir haben zwar nur eine Dame die da drüben hämmerte aber ist ja egal. Das können wir ja später noch erledigen. Sehr schön. Können wir das hier dann auch darüber schicken. Der findet keine Steine mehr. Aber hier unten sind noch welche. So dann ist der Wachtturm schon mal fähig. Sehr sehr gut. Die haben mich nicht eingegriffen in der Zeit. Huh. Dann ging es denen davor wirklich ein bisschen zu schnell. Naja egal. Umso besser wenn es jetzt so richtig geht. Ach es sind sogar zwei Hammer sogar. Hey geil. Zwei hämmernde Damen sind hier. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Die Holzfällerhütte und das Segelwerk haben schon genug Götter. Ey geil. Rift. Kann ich den abrissen oder habe ich dann verloren. Ich speichere mal. Nein. Abreißen würde ich. Ja ich habe nicht verloren. Sehr gut. Sehr sehr gut. Oh dann sind wir ja safe. Oh dann sind wir ja safe. Oh dann ist das so gut. Oh dann ist das so gut. Oh dann ist das so gut. Dann sind wir ja endlich safe. Das hat mich doch schon mal gerettet hier alles. Sehr gut. brauchen wir hier unten noch mal ein schönes große hohenhaus wenn wir schon mal dabei sind beträge haben wir dann sollen wir hier noch mal suchen und steine kloppen eisernetz kommt auf jeden fall viel kohle eher weniger dann würde ich sagen suchen wir hier doch mal auf dem gebirge dann ein bisschen was die hexer gut ja das haben wir ja schon mal super hingekriegt sind wir auf jeden fall safe wenn die römer uns nichts mehr so hat von ihr wie stark die sind liegen zwei hammer sogar sehr gut wenn die nicht einfach im lager stehen bleiben anscheinend nicht so da noch ein schwert kämpferin da ich die soldaten nicht noch überschiffen kann aber brauche ich ja nicht unbedingt wozu auch so sägewerk ist fertig die erste holzwelle heute auch ja da fehlt eine säge ich meine kommt gleich sobald die dame hier rüber schicken kann alles dauert ja leider noch einen moment so das hinten war ihr angelt auch feucht fröhlich vor sich hin da sind drei fische ja schön sehr schön sehr schön sehr schön die eisenherzmine aber die brauchen wir nicht unbedingt eine kohlenmine wäre schon da so komm schon das letzte bisschen hier füll auf so säge ist auch da jetzt können wir da oben so so Untertitelung des ZDF, 2020